Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Schlagfertigkeit. Warum ist denn Schlagfertigkeit in Bezug auf Geld so wichtig? Naja, im Leben wirst du merken, verdienst du immer mehr, je höher dein Selbstbewusstsein ist. Und ein ganz großer Teil des Selbstbewusstseins ist natürlich in der Interaktion mit anderen Menschen. Und wenn du mit anderen Menschen zu tun hast und dort schlagfertig auf Angriffe oder zumindest kleine Angriffe oder auch größere reagieren kannst, dann steigt mit jeder guten Reaktion dein Selbstbewusstsein immer weiter und damit auch dein Einkommen. Deswegen, weißt ja, Persönlichkeitsentwicklung ist extrem wichtig für die finanzielle Entwicklung. Und genau das ist ein großer Teil von Persönlichkeitsentwicklung, wo es um Selbstbewusstsein geht, wo es darum geht, dich verteidigen zu können oder für dich einstehen zu können. Und da habe ich dir heute zum Thema Schlagfertigkeit drei ganz wichtige Techniken mit an die Hand zu geben. Die erste Technik ist die Spielverderber-Technik. Du kannst auch Aikido dazu sagen. Aikido, hast du vielleicht schon mal gehört, ist eine Kampfkunst, bei der du den Schwung des Gegners nimmst und ihn verwandelst. Also der Gegner kommt auf dich zu und will zuschlagen und du nimmst diesen Schwung mit und ziehst ihn rüber und lässt ihn an dir vorbeilaufen, sodass er auf den Boden fliegt, zum Beispiel. Also, dein Gegenüber kommt zu dir und sagt, du bist ja total dumm. Na jo, jetzt nimmst du diesen Schlag, diesen Schwung und sagst, ja, Mann, mir stelle ich mich wirklich total dumm an. Jetzt verliert er schon langsam die Lust. Und du bist auch zu dick. Also, wenn du es so sagst, mir ist es letztens auch aufgefallen, ehrlich gesagt. Die Hose kneift gerade ziemlich, aber mir schmeckt es halt einfach. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Fängt er schon an zu kochen. Was kannst du überhaupt? Um ehrlich zu sein, manchmal glaube ich irgendwie nicht viel. Aber ich gebe mir weiter Mühe, okay? Jetzt ist er an dem Punkt, wo er sagt, okay, keine Lust. Der reagiert nicht auf meine Angriffe, beziehungsweise meine Angriffe laufen ins Leere. Das ist wie ein Segelschiff, wo kein Segel gehisst ist und der Wind bläst drauf, dann zieht der Wind halt einfach vorbei. Erst wenn das Segel, also die Wand, die Mauer, die aufgebaut ist, der Widerstand, dann kann sich der Wind fangen und dann kann es richtig schön losgehen. In diesem Fall wendest du die Spielverderber-Technik an und sagst, ja, ich gebe dir bei allem Recht, was du sagst. Und du weißt ja, wer Recht hat, Zeuer der Mass. Und dann kann man natürlich auch ganz gemütlich am Abend darauf anstoßen, dass man heute auch mal wieder dem anderen Recht gegeben hat. Eine zweite Technik. Verzögerung. Und zwar Verzögerung, um genau zu sein, durch Nachfragen. Der sagt zu dir, na, da hast du ja mal wieder total versagt. Das Wichtigste ist immer in deinem Leben, du musst erst mal auf gar nichts antworten. Kein Mensch zwingt dich, auf irgendwas eine Antwort zu geben. Du kannst also jetzt erst mal auf die Aussage, na, da hast du mal wieder total versagt, dich hinstellen und sagen, Und dann, nach dieser Pause, sagst du, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade gar nicht verstanden. Was meinst du genau? Ja, dass du mal wieder total versagt hast. Dann kannst du sagen, ja, interessant, danke für deine Einschätzung, da denke ich mal drüber nach. Und schon ist es wieder ins Leere gelaufen. Also ganz wichtig für dich zu wissen, wenn dich jemand angreift und du denkst, jetzt muss ich was sagen, und dann sagst du irgendwas, du musst gar nichts sagen. Du kannst erst mal eine Pause lassen. Auch wenn das Publikum mit dabei ist, du lässt erst mal sacken. Überlegst so ein bisschen und schaust so ein bisschen verwundert. Und sagst, hm, Entschuldigung, also, hm, habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht verstanden. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Beim Wiederholen wird es dann meistens eh schon weniger scharf. Und dann wirkst du einfach, ah, okay, danke für deine Einschätzung, denke ich mal drüber nach. Das ist Verzögerung und da ist auch der dritte Punkt mit dabei, Zeit gewinnen. Zeit gewinnen mit einem ganz wichtigen Satz. Das ist einer meiner allerliebsten Lebenssätze, die du immer und immer wieder verwenden kannst. Und zwar der Satz, weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Ja, also kommt jemand, der angreift und sagt, dein Schreibtisch sieht aus wie ein Saustall. Weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Nein, was? Dass du eine sehr gute Beobachtungsgabe hast. Der Schreibtisch ist wirklich nicht sehr aufgeräumt und sieht auch ein bisschen wild aus. Ich glaube, ich räume den jetzt gleich auf. Du, brauche ich jetzt auch ein bisschen, gell? Also, bis später. Und auch hier wieder, du nimmst dem einfach den Wind aus den Segel. Mit dem Satz, der dir erstmal Zeit bringt, weißt du, was mir an dir aufgefallen ist. Kannst du übrigens auch bei dem Ersten verwenden, bei der Spielverderber-Technik. Du bist ein totaler Idiot. Weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Nein, was? Weißt du, du hast echt eine gute Beobachtungsgabe. Ich bin manchmal wirklich ein bisschen ein Idiot. Wirklich, wenn du Publikum um dich herum hast, fangen die schon an zu lachen. Aber die lachen halt mit dir über ihn. Also, ich kann dir das allerwärmstens empfehlen, eine dieser drei Techniken anwenden. Und ja, natürlich kannst du auch zurückschlagen. Dazu brauchst du aber ein bisschen Übung. Und Übung, das kann sein, dass du dir Streitgespräche im Fernsehen ansiehst. Dass du viel liest, um wortgewandter zu werden. Und dass du vor allem schaust, dass du dich immer wieder an Diskussionen beteiligst. Oder auch Diskussionen einfach auslöst. Um so ein bisschen üben zu können. Also, du wirst immer wieder die Möglichkeit haben. Du wirst immer wieder auf solche Menschen treffen. Und hast jetzt mit diesen drei Rezepten die Möglichkeit, darauf adäquat zu antworten. Und immer so aus der Arena zu gehen, wie du es brauchst. Also, du kannst den anderen ganz blöd aussehen lassen. Du kannst aber wirklich so. Entschuldigung, ich habe die jetzt wirklich gerade nicht verstanden. Ach so, okay. Ja, danke für deine Einschätzung. Dann verliert der andere sein Gesicht nicht. Wenn es ein Vorgesetzter ist zum Beispiel, mit dem du dich noch gut stellen möchtest. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen Übung hast, kannst du auch irgendwann zurückschlagen. Ich werde nie eine Szene aus meiner Schulzeit vergessen. Du weißt ja, ich war ja früher sehr dick. Und da hat ein Klassenkamerad zu mir gesagt, hey Marc, du bist ja total fett. Woraufhin ich gesagt habe, ja, das stimmt. Aber ich kann abnehmen und du bleibst dein ganzes Leben lang dumm. Dann haben alle um den rum so sehr über den gelacht, dass der sich danach nie wieder getraut hat, mich anzugreifen. Also, du hast jetzt ein paar Techniken an der Hand. Und jetzt bist du Schlagfertigkeit. Mit deiner Schlagfertigkeit steigt dein Selbstbewusstsein. Mit deinem Selbstbewusstsein steigt dein Einkommen. Und wieder hast du ein Tool mehr, ein Instrument mehr, um mehr Geld in dein Leben zu ziehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte ein Like da. Am besten abonnierst du den Kanal, wenn du nie wieder ein Video versäumen möchtest. Drücke auch auf die Glocke. Und wenn du eine Frage hast oder einen Kommentar, einfach hier unten in die Kommentare mit rein. Ich freue mich total darüber, wenn du dich für was interessierst, für ein spezielles Videothema, wenn du mir das in den Kommentaren sagst. Und dann mache ich dazu gern auch mal wieder ein Video. Du kannst natürlich auch in die Kommentare reinposten, deinen liebsten Schlagfertigkeitssatz. Vielleicht hast du ja einen auf Lager, den ich noch nicht kenne. Ich wünsche dir was und viel Spaß mit deiner neu gewonnenen Schlagfertigkeit.